Hi, hier ist Max Neukirchner. Ich bedanke mich noch mal recht herzlich für die Nominierung an Silvius Brachtel von dem Badegarten Alpenstock und natürlich nehme ich die Challenge an. Ich nominiere für die nächste Challenge einmal Markus Reidenberger, der EDM-Pilot, einmal André Wallek, Noland Group Deutschland Chef und einmal Walter Bauer Dugati Chef von Deutschland. Also Jungs, ihr habt drei Tage Zeit und ich weiß ja, dass ihr so viel zu tun habt, deswegen drei Tage. Und jetzt let's rock! Eisbacke Challenge. Wollt ihr schon mal alles?